Ja, das ist sie. Ja, super. Ja, was mach ich jetzt? Soll ich das rein machen oder was anderes? Scheiße. Ich baller hier gerade schon wie ein Beklopfter. Da ist so eine blaue Scheibe. Wo? Auf dem Bus. Hab sie. Oh, Raketenwerfer. Ich bin ja irgendwo hier. Ich krieg den Raketenwerfer links jetzt nicht ins Visier. Hab ich, hab ich. Das ist gar kein Raketenwerfer. Der denn jetzt? Ja, ja, hot up. Aber echt. So, auf geht's. So, muss ich denn überhaupt rum? Da auf jeden Fall nicht rein. Okay. Ich sehe auch kaum was. Ja, das ist vor allem so geil. Du hast hier Licht an und nach 5 Metern wird es dunkel. Ich fühle mich wie in einem 30er-Jahre-Film hier. Ey, das sieht aus wie so... Okay, da runter. Ey, da! Hey, nehmen Sie die Waffe. Ich gehe ans Steuer. What? Nein! Das war cool. Festhalten! Ich nehme eine Abkürzung! Oh, oh. Boah, ja. Gut, klar. Mach ruhig. Ja, erst mal die Scheibe einschlagen. Alter, das ist ja jetzt. Das ist auch mit deinem... Gott, das mache ich auch mit deinem Haus. Fett ein bisschen. Okay, Turbo ist... ist Leertaste. Oh, Alter, das ist jetzt. Oh, cool. Aus der Cockpit-Perspektive sieht das alles schon mal ein bisschen anders aus. Wow, also wir sind gleich tot? Ah, Nitro! Nice. Oh, scheiße. Okay. Wow, da vorne ist noch einer. Vorsicht! Wah! Das ist das. Nein! Ey, aber sowas finde ich mal geil. Ja, hat was. Aber das mal mit der linken Maustaste beschleunigt, das irritiert mich ein wenig. Turbo ist noch nicht aufgeladen. Scheiße! Komm, Chris! Was ist das hier? Das ist schon so, wie er macht. Wahrscheinlich, und? Boah, da geht da der Peter. Der laufende Meter. Boah! Alter, übertreibt er dich? Ja, was? Ich bin doch ausgewichen. Wo? Ja, ich muss mich mit dem, okay. Ja, ja, du bist der Witze. Ich bin nicht so fies. Boah! Boah! Was ist denn so? Ich bin da gleich, was ist denn sowas? Die hätten jetzt aufstehen und weiterlaufen müssen. Da rennen. So ein Skateboard sind da, ja. Na also! Jetzt wird wieder voll. Alles nochmal von vorne. Jetzt ist die Gesundheitsanzeige vom Auto wieder voll. Hier wird so richtig Stoff. Die Foot muss sterben. Genau, sie schießen mit ihren Raketenelfern auf Eder. Sorry. Ja, war schon. Reinschluss aufwecken. Oh, stress man. Ich muss einfach nur immer aufpassen, dass ich den, dass ich den, ja, dass ich den ausweichen. Ah, ist ja gut jetzt, man. Alter. Ah, da, schau. Einfach mal durchfahren. Aber es ist, dass es im Geh nicht warm läuft, ne? Ja. Du hast ja doch nichts. Siegenauigkeit wie... Ja, wie ein Brot halt. So, jetzt kommt wieder die... Ah! Voll. Ja, so geht's auch. Weißt du, ist die Farbe auf den Sack gegangen. Ich wollte den Lack abkratzen. Pink haben wir flach, kommt jetzt rein. Ja, hallo. Wow, wow, wow. Soll ich versuchen sie zu überholen oder willst du sie erledigen? Ah, ich freu uns einfach mal auf. Wie kommt denn jetzt hier? Keine Ahnung. Ah, ich geb Stoff. Ja, ich geb Stoff. Ich bin jetzt auch noch auf der falschen Seite. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wow, ist ja gut, man. Ah, lasst mich alle in Ruhe. Alter, was da alles gerade in diesem... Bam, bam, bam. Ey, mein Bild vibriert nur noch. Ja, Hammer. Da wollte Ada also hin. Das können wir nicht zulassen. Achtung! Ich springe! Was? Wer springe ich? Nein. So, jetzt Quicktime und wir sterben, oder? So, diesmal sterben wir aber nicht, wenn wir uns überschlagen. Ja, wir liegen diesmal genauso da, ne? Oh, Chris, da wäre noch eine Handgranate drin gewesen. Errunger freigeschaltet. Ihr nach. So, was haben wir? Ich hab A, du hast B. Wir sind beide viermal gestochen. Ja, der Hammer, ne? Oh, Leute, das hat sich jetzt aber anscheinend nur an der Genauigkeit gemessen können. Tatsache. Mal schauen, was ich mit den Punkten jetzt kaufen kann. 46.000, das heißt, ich könnte jetzt Schusswaffe Stufe 2 kaufen. Ich glaube, das hätte ich mal machen. So, und dann bin ich hier wieder pleite. Und jetzt die nächst höhere Aufrüstung muss ich, also muss ich dann schon 75.000 investieren. So, meinst du, wir schaffen noch eine Map schon, oder? Ja. Eine geht noch. Ach, 80.000. Leck mir an deinen Coronas, ne? Ja, ne, danke. Okay, ich werde noch einen Schluck trinken. So, ich bin soweit. Ah, okay, du schon lange. Ich war aber gerade wieder zu blöd, einfach dreimal auf Escape muss man klicken, das habe ich vergessen. Deswegen habe ich jetzt einmal auf Escape, dann habe ich auf OK geklickt, dann war ich aber wieder im Menü. Oh, das ist hier manchmal echt umständlich, was diese Japaner manchmal machen. Einfach geht's nicht, ne? Ne, 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 das wäre ja... Zu einfach. Ja, einfach kann ja jeder. Na, Chris, nimm deine Waffe. Jetzt sieht die Granate aus. Piers! Ah, ah, Quicktime war roten. Oh Gott, ich sterbe. Nein! Boah, danke. Ich habe doch nur zweimal drauf geschossen. Ich glaube, wir sollten mal schnellst... Boah, Alter, was sind das jetzt schon wieder für Viecher? Da, du Penner. Oh, Vorsicht. Oh, Vorsicht. Dieser Feind ist anders. Das sind also Nira-Brelat-Paradestöcke, hm? Hast du das gesehen? Er lief mir entgegen und ich einfach nur so zack, tot. Oh, Leute, hier liegt ein Schlafschutz. Was liegt in dem Koffer? Munition? Hinter dir? Boah, was passiert? Ah, okay, das hätte ich mir auch gedacht. Im Koffer liegt Munition für das Schlafschützengewehr. Kann man das hier nicht aufmachen? Mann! Aber hier ist noch eine Kiste, Steve. Und hier war Pistolen-Muni drin. Muss ich immer wieder nachladen. Ich muss weiter. Und... Eine sanfte Grätsche. Okay. Na gut, ich brauch's sozusagen nicht. Ich bin ein Mann. Naja, Pistole ist er nicht, aber... Jaja, ist schon recht. So, jetzt werde ich mir mal das Schlafschützengewehr nehmen und mal ein bisschen hier... Schnippen. Umschaltsperre ist heranzoomen, what the fuck? Ja, herrlich. Ich glaub das über... Ich glaub das Snipern überlasse ich dir. Ich hätte jetzt getroffen. Natürlich nicht. Uahhh! Ich glaub da gibt's noch kein Zwei mitnehmen. Die Sniper hat hier gebraucht. Beifsache waren's schon... Na da ist ein Sprengfässer neben den Typen. Oh Gott, der zittert, der... Was ist legal, ey. Na du, wir haben ja auch gerade ne heiße Fahrt hinter uns. wie ich immer umkippen ja 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 ich hab noch nicht ganz verstanden wie bei mir ist es die Feststelltaste ah so ach wir tut ja mal wieder ganz wenig jetzt hab ich ihn ja so schlier was sagst du dir explodieren die Fresse ja mal wieder hier HQ verstanden wir müssen herausfinden wo an Borte sich versteckt sagst du noch irgendwo einer ne wo müssen wir jetzt ja überhaupt drin ich glaub wir müssen wieder zurück und dann wieder runter oder kann das sein weil von hier aus sollten wir nur die Typen erledigen unten ging's ja weiter ja jetzt geht's ich geh verrast ah wir haben ja noch eine Kiste übersehen lese schon wieder die bösen Kommentare zwei Minuten vorher ja so wie man es vom Zuschauer kennt ne Spaß meine sind ja alle ganz zahm ja alter man nimm doch einfach dein Snipergewehr Piers und rotz hier mal voll die Birne weg das dachte ich auch grad ich mein so gechillt wie dir da geht ganz ehrlich da kann man ganz ruhig ansetzen draufhalten bäh bäh fuck you you bitches ja so geht's boah oooh habst du's gesehen? ich hab nur meinen gesehen aber meiner war auch geil ich hab ihm's Genick gebrochen ja ich auch geil was sind denn das hier wieder für komische Mutanten keine Ahnung mit Fazitik komisch ok hier kommen wir erstmal nicht weiter irgendwo ballert einer rum wie ein bescheuerter ja ja er ist hier ne ne er liegt hier rum und chillt so ha jetzt hat er nix mehr zu lachen los oh oh ich hab da wieder so ein ganz wieses Gefühl was diesen Helikopter da angeht aha äh ne oh Gott schnell sie darf nicht entkommen weiter hier geht der Tafelschutz was heißt denn hier schnell ach du kacke heißt schnell wirklich jetzt schnell sonst haben wir jetzt wieder verkackt oder ist schnell einfach nur ähm ja da sind massig Gegner unterwegs ok dann sollten wir das schnell wirklich mal als richtig schnell interpretieren ah ok ok wir sind schon weg ah ich hab jetzt eine Stresspust mein Nagellack ist abgegangen mein Fingernagel gebrochen also eingerissen ja aha das sieht ja so in China aus naja ich wollte sich's nicht an naja ich glaub nicht dass das China ist ich glaub die Japaner haben's bloß äh so grässlich dargestellt weil was gibt's denn oben noch warst du oben schon? naja ich dachte äh so oder so oder so oh ich leuchte geil ist das jetzt gut oder schlecht dass da dieses Boot da seine Scheinwerfer auf uns richtet ach vielleicht kann man die ja kaputt schießen ne schade ich glaub das hätte erstmal noch nix zu sein aber ich hoffe mal dass es so bleibt ich versuch's ähm ne ihr schießt auf uns was dann? das ist ja ungewöhn ja wäre doch so einfach vor allem ich versuch's verstanden äh was versuchst du? Chris klär uns auf was ist der Plan? musst du wieder ertrinken oder was? ja genau super Plan ne 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 n Untertitelung des ZDF, 2020